Hallo? Und, magst du noch ein kleines Wasser trinken? Äh, ne, aber war ich schon mal hier? Ja. Und, magst du noch ein kleines Wasser trinken? Äh, ne, aber war ich schon mal hier? Ja. Aber du kannst noch ein kleines Wasser trinken. An welchem Tisch hab ich gesessen? Da drüben. Danke. Könnt ihr vielleicht doch ein Glas Wasser haben? Bitte. Ja. Können Sie mir das Wasser vielleicht einfach hier hinbringen? Äh, könntest du es vielleicht einfach selber holen, bitte? Hä, aber das ist doch eine Bar hier, oder? Also, normal, wenn man was bestellt, dann kriegt man es auch an den Tisch, oder? Das verstehe ich nicht. Hören Sie mal, mein Hals ist staubtrocken, wirklich staubtrocken. Es wäre nett, wenn Sie mir jetzt das Wasser bringen. Bringen Sie mir bitte einfach das Wasser. Okay. Und? Willst du noch ein Glas Wasser haben? Äh, du kennst mich nicht und das klingt jetzt echt komisch, aber ich brauche deine Hilfe. Wobei? Äh, klingt total absurd, aber ich bin in so einer Art Zeitschleife gefangen. Alles, alles beginnt von neu, sobald ich aus der Toilette komme. Ich weiß nicht was... Und? Willst du noch ein Glas Wasser? Äh, hey. Hi. Alles klar bei dir? Äh, nicht ganz. Warum nicht ganz? Was denn du? Das ist ein... Und? Willst du noch ein Glas Wasser haben? Nee. Äh... Hey. Hi. Nelson. Hi. Bist du hier aus der Gegend? Ja, ja. Und bist du hübsch? Dankeschön. Du bist so... Aus welcher Ecke bist du? Aus welchem Land? Ähm, ich komme aus Griechenland. Cool. Und bist du alleine hier, beziehungsweise bist du Single oder gibt es da schon... Ja, ich bin Single. Hast du vielleicht mal Lust, ich weiß nicht, klingt jetzt vielleicht auch irgendwie blöd oder... Hast du vielleicht mal Lust was zu unternehmen? Können wir machen, ja. Echt? Ja. Cool, finde ich gut, dass du spontan bist. Ähm, willst du dir einfach mal meine Nummer notieren? Äh, ähm, ich habe kein Handy dabei. Oh, das finde ich cool. Sind ja alle so momentan, jeder ist am Handy von morgens bis abends mag ich gar nicht. Deshalb finde ich echt respekt. Dann sag mir doch einfach deine Nummer, dann tippe ich dir in mein Handy. Okay. Äh, willst du noch etwas? Nee. Äh, hat hier irgendjemand mein iPhone gesehen? Das ist ein kleines, kleines iPhone. Äh, ich weiß, du hast mein iPhone nicht gesehen. Äh, hier Kollege, ich habe ein iPhone mitgehabt, so ein kleines. Hast du was gesehen? Nee, nein. Nicht. Ähm, haben Sie ein iPhone? Nee, tut mir leid. Kann ich vielleicht von jemandem das, äh, kann ich dein Handy benutzen? Hast du ein Handy mit? Kann ich dann Ihr Handy kurz, äh, da kann ich mich anklingeln. Vielleicht zieht mein Handy. Ich habe gerade kein Telefon. Kann ich dann Ihr Telefon, äh, Sie haben doch schon ein Haustelefon. Ich habe keinen, Sie tut mir leid. Äh, ist das ein Witz, oder? Sie werden ja wohl ein Telefon hier hinten haben. Okay, dann wird es... Das sind Dirsels-Elite-Elite. Oder ist das kein Telefon hier? Äh, hey. Nein. Lass uns was unternehmen. Okay. Aber du kennst mich doch gar nicht. Das ist doch mal anders. Okay, sollen wir dann? Jetzt sofort? Lass uns. Die Stadt ständen. Das war's. Das war's. Und, willst du noch mehr Wasser? Ja, machen Sie, machen Sie mir einfach mal ein Glas Wasser. Okay. Dankeschön, ja. Bitte. Das war's. Warum sie... Ich hätte gerne Wasser. Okay. Bitte schön. Öl... Danke schön. Ja, danke. Was bin ich entschuldigt? Ich habe ja schon was getrunken. Du hast schon bezahlt von dir. Ich muss los. Vielen Dank für die Bewertung. Schönen Tag. Ja, alles klar. Ich komme gleich. Ich gehe nochmal hier auf Toilette und dann mache ich mich auf den Weg. Ich würde mal gerne Ihre Toilette benutzen. Könnten Sie auf das Handy aufpassen? Das würde ich gerne aufnehmen. Wer Toilette ist ein. Alles klar. Vielen Dank. Keiner bewegt sich! Überfall! Keiner bewegt sich! Ey, ruhig, ruhig. Gib mir deine Hände. Keiner bewegt sich! Ich habe meine Waffe! Ich habe meine Waffe! Keiner bewegt sich! 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 Oh, oder? Keiner bewegt sich! Keiner! Du bist da zu machen? Ja, dass wir das ist! Keiner, Keiner. Super nett, aber ich bin echt bedient. Ich hab schon bezahlt, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Erik. Tschüss. Tschüss. Das war knapp. Ihr baut die Kasse auf! Los! Bisschen schneller jetzt! Ja! Das ist ein Verschmutz. Was ist das? Das ist ein Verschmutz! Oh mein, danke euch. Ist der tot? Nein, der ist nicht tot. Ich hab ihn nur ausgenaut. Aber Sie müssen die Polizei rufen, der kann in den nächsten Minuten wieder aufwachen. Ja, aber schön. Ich wünsche euch was, ja? Ich wünsche euch was. Yes, Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vorne wird gelacht, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit einzudrehen. Vielen Dank an Marc. Danke, dass wir hier in einem schönen Ritzhof am Rosenthalerplatz stehen durften. Danke an Sherry. Danke dir, dass du mitgemacht hast. Danke an Emanuel. Danke an Petrocks. Echt krasse schauspielerische Leistung in diesem Video. Echt Props. Und schreibt mir mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Mehr Spannung, mehr lustig. Ich hab irgendwie richtig Bock auf beides. Und geil, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Das klingt jetzt total absurd, aber ich bin in so einer Art Zeitschleife gefangen und ich erlebe alles. Warum lachst du? Oh Gott. Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? Du kennst mich doch gar nicht. Sorry. Ich bin lustig. Der bringt mich zum Lachen nochmal kurz. Seif dich. Lass dich da ab! Ey Bruder, Bruder ich kenn das nicht. Ich zick meine. Auf dich. Bis zum nächsten Mal.